Der 19-jährige Klimaaktivist Sascha Meininger hat dort als erster Mensch überhaupt zwölf leere Druckerpatronen am Stück hintereinander verzehrt. Um welche Marke es sich dabei handelt, ist zurzeit noch nicht bekannt. Der inzwischen verstorbene Meininger wollte mit diesem Rekordversuch die Leute für die Folgen der aktuellen Klimakrise sensibilisieren. Ob es ihm gelungen ist? Nun, wir bleiben dran.